Dessau, Polizeirevier, Zelle 5, ein todsicherer Ort, todbringender Ort, Origiallo, das war Mord, Origiallo, das war Mord, Origiallo, wir gedenken deine und vergessen nie, was damals war. In Dessau, Polizeirevier, Zelle 5, wo sich die Lügen so schnell verbreiteten wie das Feuer, das kein Mensch im gefesselten Zustand entzünden kann, auf einer Matratze, die feuerfest war, mit einem Feuerzeug, das erst vier Tage später auftauchte, ganz ohne Ausschüttung von Stresshormonen. Ein Wunde oder ein Mord. In Dessau, Polizeirevier, Zelle 5, wo die Täter nicht eingesperrt sind, sondern die Schlüssel in der Hand halten, so wie sie den Brandbeschleuniger in der Hand hielten und ein Feuerzeug in der Hand hielten und vielleicht dabei lachten. Dessau, Polizeirevier, Zelle 5, welch unheilvoller Ort, welch unheilvolle Stadt, wo wir auch gedenken an Alberto Adriano und Yang Shi Li, sowie an Mario Bichtermann. Woher kommt dieses vergiftete Klima? Kommt es etwa von dem Giftgas vergangene Zeiten, das alles so sehr vergiftete, dass selbst Uri es einatmete? Dessau, Polizeirevier, Zelle 5, wo mehr als eine Leiche im Keller liegt und wo der Freund und Helfer zum Feind und Mörder wurde. Dessau, Polizeirevier, Zelle 5, wo so viel Angst vor der Wahrheit herrscht, dass diese niedergeknüppelt werden muss. Trotzdem, wir stehen hier und wir erheben unsere Stimmen. Wir erinnern und wir fordern Aufklärung. Wir fordern Gerechtigkeit. Wir fordern Rechtsstaat. Uri Jialo, das war Mord. Uri Jialo, das war Mord. Uri Jialo. 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 Jialo.